Ich habe jetzt angefangen, Vitamin D zu nehmen. Täglich oder in großen Dosen? Alle fünf Tage. Habe ich auch. Und alle zwei Tage. Ja, genau, die bestbewerteten. Dann noch B12, weil ich ja vegetarisch lebe. Und dann dachte ich, kriege ich einfach mal alles rein. Mach gar keinen Test, ob ich irgendwie Mangel... Ja, einfach immer überdosieren. Bei mir ist auch mein Ansatz zu Vitamin auch immer. Ich dosiere einfach über und dann denke ich, alles ist Vitamin C und ich pisse das schon aus. Obwohl es mir die ganze Zeit mega schlecht geht. Mein Kiffi riecht nach Kaffeesonne. Elfdruck kommt hier raus. Flup, das ist doch bei euch auch blau, oder? Flup, das ist doch bei euch auch blau, oder? Bis zum nächsten Mal.